wo haben wir denn hier blöde sonderzeichen da oben okay haben wir gemacht so gefällt mir ganz gut eigentlich hier muss ich sagen jetzt brauchen wir auf jeden fall noch glas wieder die reihe füllen können das habe ich glaube ich irgendwo gebastelt gehabt hier können wir noch mal weg machen wir eben die kanten rein bekommen so das ist okay gibt es hier noch eine kante ich meine wenn wir schon dabei sind können wir das auch locker flockig mal angehen ja das ist tatsächlich oft so mit dem wieder voll ihr wisst da kann ich leider nichts machen würde auch lieber mit mehr leuten spielen aber da liegt die entscheidung nicht bei mir sondern beim hersteller spricht bei mojang oder mojang oder wie auch immer man es nennen will naja ich habe da ich wundere mich gar nicht mehr drüber es ist einfach immer voll das habe ich so für mich als grundregel genommen würde ich hier nicht alleine für spiel aufmachen glaubt dann wäre es wirklich ein problem mit dem let's play so genau hier kommen wir noch zack 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 alles eingesammelt passt sitzt passt wackelt und hat luft wie ich so gerne sage man sieht zwar nur von außen aber trotzdem ich halte das schon für wichtig da ich das als mit essentielles design element empfinde servus basti dankeschön ich hoffe das ist als nicken rüber gekommen jetzt aber besser gucken wir uns mal das ganze von weiten an festzustellen ob es gefällt die orangene macht ja das ist schon okay würde ich sagen großen und ganzen finde ich ganz nett gucken wir mal ein bisschen von hier oben jetzt brauchen wir nur glas jede menge noch müssen wir mal kurz gucken wo wir das herbekommen ich meine ich hätte da einiges hier noch geschmolzen oder habe ich sogar noch was im inventar nehmen und habe ich nichts mal gehen wir mal im ferienhaus gucken ob ich da was habe so habe ich da was weggepackt ich habe hier scheiben ganz normale das ist schon mal praktisch die kann ich ganz gut gebrauchen aber ein normales glas so wirklich nicht aber ich habe hier doch sand zumindest schon mal das ist ein guter gute ausgangssituation noch mehr sand machen wir den 64er stack mal rein über dem steuerkreuz dann können wir hier nämlich schon mal ordentlich arbeiten vielleicht auch im zuge dessen die orangefarbene wolle mal zusammenpacken wir machen kurzen abstecher in die bibliothek damit wir dort eben auch noch mal das mit dem glas hier ergänzen können wenn wir schon die scheiben da haben servus wie geht es wie stets sagen wir bescheid ist ton und so weiter alles in ordnung oder ist was zu laut oder so ich meine ich habe es getestet aber noch mal von jemand anderes zu hören ist auch ganz gut ich muss das ja ich gar nicht kommen hier sind einfach nur die holz sachen kaputt ich verstehe moment hier können wir aber erde reinpacken die war da so die sand will ich nicht erde will ich haben so das passt oder ist ja der wolf was wollte ich überhaupt machen wie genau wolle brauchte ich keine glas habe ich geholt wie wir gerade noch mal gucken dass wir automatisch speichern perfekt das freut mich halt ich habe gerade vorhin gesagt dass ich jetzt auch nachdem ich heute minecraft gespielt habe noch mal yugioh streamen werde weil ich denke das ist vielleicht auch ganz gut wenn wir das über den stream laufen lassen kann ich nämlich auch mal ein paar tipps bekommen so hier hoch glasdach oder kein glasdach das ist die frage ich bin mir so unsicher ich will aber auch nicht jetzt eine quadrilliarde an wolle hier jetzt noch organisieren müssen nur damit ich das dach fertig bekomme ich weiß es noch nicht bin noch am überlegen hier so hier oben gehen wir hin basteln hier den spaß mit rein zack 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 es läuft auf jeden fall und vor allen dingen aber auch darauf gespannt was die anderen so in der zeit alles basteln gerade aufgestanden hast du es gut ich konnte überhaupt nicht schlafen wir haben irgendwie neue nachbarn über uns die sind da eingezogen die haben irgendwie gestern nacht geburtstag gefeiert und irgendwie keine ahnung was sie gemacht haben getanzt oder frag mich nicht auf jeden fall ist so laut gewesen konntest du überhaupt nicht irgendwas verstehen oder so also was heißt verstehen das ist übertrieben aber dadurch dass sie oben drüber getanzt haben du hast ja die ganze zeit gehört wie die da so rumgetrampelt haben und was weiß ich nicht alles und dann haben sie gesungen happy birthday um 0 uhr und hast du nicht gesehen das ging bis 3 uhr nachts konnte überhaupt nicht schlafen so evo auch bla 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 was solls was willst du machen ich meine neue nachbarn willst du ja auch nicht da irgendwie gleich von anfang an streit vom zaun brechen so zu sagen servus auch kleiner polizist geworden miami nicht schlecht danke dafür vielleicht können wir wirklich hier mal schauen dass wir uns was organisieren hier im sinne von einen wolldach drüber andererseits wenn es mal brennt dann haben wir gleich pech gehabt das ist natürlich wieder so ein anderes das ist natürlich gut gemacht hier muss ich sagen das ist schon nicht schlecht mit dem ganz durchgehen das sieht schon nicht so übel aus so dann würde ich fast sagen man bräuchte weiße wolle oder schwarze wolle dann um das zu ergänzen und wir brauchen noch mal mehr sand auf jeden fall gleichzeitig muss ich hier aber auch mal gucken dass wir das angehen mit der treppe nach oben das soll ja der eingang werden mit treppenhaus am besten und wie machen wir das mit dem treppenhaus ich würde sagen hier eventuell aber das ist fenster oh mensch oh mensch und wenn wir das hier so machen das wäre eine stufe zwei drei fehlt eins wenn wir hier vielleicht die tür zu machen würden ich meine so schlimm sollte es nicht sein wir probieren das einfach gleich mal wir machen hier die türe zu den eingang oder wir machen den hier hin lass mich nachdenken hier 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 dann können wir hier auch eine tür machen machen wir versetzen wir die kart mal so das ist okay wo habe ich den sandstein da na da futtert jemand aber direkt in unser gesicht rein servus Achtung wupp wupp genau dann machen wir nämlich hier hier oder machen wir das gerade anders rum lass mich mal kurz nachdenken ne wir machen das anders wir machen das hier weg machen da dann doch wieder die tür hin wo sie war weil es ist auch blöd wenn du quasi hoch läufst und dann die treppe direkt vorm gesicht hast sozusagen genau das ist soweit okay hier würde dann noch eine treppe stufen hinkommen da kommt noch was hin gehen wir mal weiter jetzt müssen wir hier nämlich den kram gerade bauen wir brauchen ein paar von den stufen kriegen wir die hingebastelt mit dem was wir haben ja das müsste reichen da so lange es gut war kann man kopfschmerzen ja verkraften würde ich sagen so jetzt brechen wir hier mal durch jetzt brechen wir hier mal durch ist ja hell geworden mittlerweile ok das ist etwas was ich nicht bedacht habe können wir das ordentlich hin so kapau kapau dann machen wir das hier doch auch gerade noch weg machen da einen sandstein hindern hier eventuell auch das überlege ich gerade mal das lassen wir uns das mal hier genau genau gucken wie sieht das denn dann von der optik her aus ist das ok wenn wir das einfassen würden ist ja eine andere frage dann sind mittendrin quasi dann das wäre grundsätzlich aber soweit ok wenn wir vielleicht doch die wolle hier durchfahren würden machen wir mal das hier auch weg machen dann die wolle dafür komplett hin das hier weg da dann wolle rein hier die wolle rein dann hier noch dann hier noch so sieht das denn besser aus eventuell also ich finde es jetzt nicht so arg schlimm sage ich mal und das ist ja gut hier wie soll der boden sein das ist eine gute frage gucken wir mal der boden soll so sein zeigen wir es mir einfach ich muss jetzt nur rausfinden wie man teppiche macht weißer teppich lila geht auch heppich äh heppich ich bin schon ganz dusselig so was ist mit rot rot das sieht doch gut aus wollen wir mal roten aus der ganzen roten wolle und weiß wollen wir auch hier können wir mal teppich verlegen wenn wir schon hier sind so kommt der teppich hin und oben kommt er nämlich anders hin oben wird er weiß so 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 das in ordnung das ist okay sieht das gut aus oder sieht da schlecht aus ist die frage ich würde sagen mir gefällt es mein gott dass man in minecraft teppiche verlegen kann super gut jetzt ist das problem nur wir haben kaum weiße schafe so dass wir weiße wolle bekommen würden und dann will ich noch was anderes ausprobieren und zwar ob wir auf dem teppich wackeln können wir natürlich nicht stellen das ist natürlich so so